Meine Sache, mein Problem, ich werde dich untergehen, statt der weißen Farbe werde dir meine Middle Finger sehen. Das sind diese Pofungi-Dinger, wenn man dreimal irgendwie den richtigen Zauber auf die wirkt, dann... Ja, okay, das habe ich nicht. Oder? War richtig? Glaube ich ja schon fast nicht. Was, der nächste? Keine Ahnung, vielleicht ein Item? Ich glaube, das war falsch. Probieren wir nochmal mit Feuer. Hm. Hau mal einfach kaputt, ihr habt keinen Bock mehr, stirb. Ha, schade. Tee-Party? Ne, Tee-Party war falsch. Oder? Ne, Tee-Party war richtig. Dann ins Häuschen. Wunderzimmer. Vielleicht kommen jetzt nicht wieder so viele Gegner. Also. Äh, hoffentlich nicht wieder so Wampen-Dinger, die sind nämlich echt schwul. Nimm das! Komm her! Ja, sehr schön, Donald. Was ist das? Hoffentlich nicht wieder so ein Wampen-Teil. Die haben mir echt zugesetzt im letzten Part, aber das hat man ja gemerkt. Stirbt! Hm, stirbt! So. Ach, wo sollen wir denn dann hin? Nur wie sollen, damit Herr Knauf reden wird, war die Aussage von ihm. Oh oh. Monster! Tash Point! So, ein paar MP-Kugeln hier. Och nein, da ist er wieder. Wow, ist das doof? Auf jeden Fall, wenn er springt, wenn er springt, ist das festgestellt. Damit kann ich die Fresse so voll kriegen. Oh. Aua, aua, aua. Ist das hier doof? Auf jeden Fall, um die anderen kümmern, weil... Sonst... ...wird's echt nervig. Ich hab keine MP. Shit! Nein, nein! Wo ist der Dicke? Da ist der Dicke. Aua, ich renne voll rein, warum auch nicht? Ach, Gott sei Dank. Oh, hier ist auch noch eine Käste. Pyrosplitter. Ja, wo sollen wir denn dann hin, verdammtisch? Nur weil... In diesem Zimmer, aber... Oder warte mal, vielleicht sollen wir doch zurück, aber... ...uns wieder groß machen. Das kann natürlich sein. Und bing! Tee-Party-Garten. Zack. Nee, das ist Quatsch. Warum nicht? Hahaha. Geht nicht, wenn wir im Kampf sind, sehr schön. Auslösen. Zack. Dann kommen wir nämlich direkt im Herztribunal wieder aus. Vielleicht sollen wir uns ja groß machen. Schauen wir doch mal nach. Ich bin auch doof, ne? Da oben ist ja eine Kiste, oder? Wollen wir gleich mal schauen. Springen wir mal eben hier, Roman Draft. Dankeschön. Und dann trinken. Immer wieder groß. Hier ist trotzdem nix. Wie ist die Grinzekatze denn von uns? Ist die doof? Sprechen wir es doch nochmal an. Vielleicht erfahren wir dann, was los ist. Hallo, Grinzekatze. Hätten wir vielleicht von Anfang an tun sollen. Die Schatten sollten bald hier sein. Seid ihr auf das Schlimmste gefasst? Wer nicht? Pech gehabt. Werden sie vielleicht von Anfang an ansprechen sollen. Was zur Hölle? Origami, Mann. Oder was wird das? Ich mag Gegner. Aua. Okay. Wie soll der platt gehen? Ach, jetzt vielleicht. Irgendwie warten, bis der betäubt ist, oder so. Gut, dann prügeln wir auf ihn ein. Soll es aus, wenn er umkippt. Nix hat davon getroffen. Schön. Meine Potion werfen auf mich. Na komm schon. Na komm. Haut auf wie nix. Jetzt von hier oben scheint die bessere Idee zu sein. Weil wir ihn dann treffen können. Stirb schon. Endlich. Okay. Jetzt läuft der hier auch nach Amag, oder was? Ja. Na komm schon. Stirb. Endlich. Na toll. Halten wir beide Donald. Stirb endlich. Wie hab ich das Gefühl, dass es gibt nix. Entweder machen wir zu wenig Schaden, oder... Keine Ahnung. Jetzt mit seinem Stäbchen geht er mir furchtbar um den Piss hier. Der tut nämlich verdammt be. Himmel. Erstaft. Aha. Goofy Tackle erlernt. Analyse haben wir auch erlernt. Wow, was ein Kampf. Da geht wieder ein Herz verloren. Flammenwall erhalten. Türknäufe schlafen eigentlich nicht. So, damit wäre das erste Schlüsselloch zu. Was war das? Habt ihr es gehört? Als ob etwas geschlossen wurde. Was ist das? Dieser Gummistein ist nicht wie die anderen. Okay, ich werde ihn nehmen. Navi Gummini erhalten. Okay. Ausgezeichnet. Du bist ein Held. Falls ihr Alice sucht, sie ist nicht hier. Sie ist verschwunden. Verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit. Nein. Zurück zum Gummijet. Wir werden in anderen Welten nach ihr suchen. Wir müssen zu einem Speicherpunkt, um zum Schiff zurückzukehren. Das dürfte das kleinste Problemchen sein. So. Speichern. Gummijet. Jawohl. So, wir können auch weiter. Aber ich möchte echt hier hin. Ja, müssen wir echt dafür erst nach Traverse zurück. Na gut, Leute. Ich mache eben den Flug nach Traverse und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo, Leute. Und da sind wir zurück in Traverse. Es gab hier einen kleinen Trick. Und zwar sagte die Tante ja, dass man die Kerzen mit Magie ausmachen muss. Das macht man einfach so. Und dann geht auch hier die Truhe auf. Und wir haben einen Schutzengel erhalten. Cool, ne? So, jetzt in den Accessoire laden zum Savepoint. Und dann fliegen wir mal da unten hin. Speichern. Gummijet. Jawohl. Da möchte ich hin. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die ganzen Flüge immer zeigen soll. Oder ob ich die irgendwann auch mal auslassen soll, wenn wir die das erste Mal geflogen sind oder so. Ich denke, das würde eher Sinn machen. Dass wir die einmal spielen. Und danach, wenn wir sie nochmal machen müssen, dass ich sie dann offscreen fliege. Weil was soll ich euch 50.000 Mal denselben Flug zeigen. Das ist ja... Bob ist nicht. Seht ihr doch genauso wie ich, oder? Oh. Oh. Ding, 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 ding. Ganz viel schutzschutz Kram Na toll Was ist das denn? Na cool, Spezial erhalten Die haben auch noch irgendwas Ein Brot des Gummis Da geht's weiter Ich bin echt verdammt schlecht da drin Muss ich feststellen So, wie das ein Spezial Ja Shiva Was doch immer Shiva ist Eigentlich eine Bestia, aber Man weiß ja nie Ja, Eroa-Gummi Yay Und wo sind wir? Arena des Olymp Landen bitte Die Arena des Olymp Olympus-Kolosseum Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier schon was machen können Das wäre aber deutlich geil Denn hier kann man schön leveln Könnt ihr bitte aufhören, den Käfig aufzufressen? So, sehe ich hier irgendwas? Hier ist nur nichts Aber hier sehe ich eine Truhe Öffnen Bing, bing Mega Potion erhalten Gut Was ist das? Ein weißes Trio-Tesch Okay Eingangshalle Was macht ihr denn da? Oh Mann Closed Zutritt verboten Ansprechen Ähm Kommst gerade recht Kannst du mir mal helfen? Schaff mir mal den Sockel darüber Ich muss den Laden hier für die Spiele herausputzen Gut Dann können wir hier also noch nicht hin Aus dem ganz einfachen Grunde Wir haben noch keine gelbe Trio-Tesch Das heißt, wir müssen wieder zurück Aber nicht von hier aus Terrorenplatz Gleich fresse ich die Kaninchen, wenn die weiter so einen Lärm machen Tor zur Welt Okay Das wäre wunderbar Aber wir können direkt dann von hier aus durch Gut, machen wir Stufe 3 Wird also noch schwieriger What the fuck Du lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Aua. Doof. Ich zerballer hier jede Menge Zeugs, aber irgendwie sammle ich umso weniger ein. Ab durch die Mitte. Recht unten rum. Aua. Das tut weh. Hört ihr? Can you hear me? So. Ja, Leute, wegen dem Gummi-Jet-Zeug. Schreibt mir doch mal in die Comments, wie es funktioniert. Wenn der Kommentar da ist und ich den Durchblick dazu habe, dann können wir gerne an unserem Gummi-Jet ein bisschen rumbasteln. Es sei denn, das heißt jetzt, du musst jetzt mal 50.000 Runden um den Block fliegen, damit du überhaupt irgendwas machen kannst. Dann mag ich das wohl offscreen, dass ich dann 50 Mal hin- und zurückfliege von irgendeiner Stadt zur nächsten, um die ganzen Gummis einzusammeln. Weil eben haben wir ja auch gelesen, du hast zu wenig Gummis dafür. Oh, was ist das? Ein riesen Ding. Wow. Auf jeden Fall haben wir es gekriegt. Spezial. Schutzgummi, Aerogummi. Wofür die auch immer sind, die meisten Gummis, die ich benutze, sind eher dafür, dass meine Freundin nicht schwanger wird. Schutzgummi, Muck. Ah. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier auch Bestias bekommen. Weil die einzigen Beschwörungen, die ich kenne, sind halt hier Simba und so ein Spaß. Ich muss mal schön den X-Knopf gedrückt halten. So, und das sieht aus wie ein Dschungel. Oder? Ja, kommt hin. Glaubst du, hier werden wir unseren König finden, Donald? Nein, ich glaube nicht. Was sollt ihr denn hier wollen? Das Land können wir uns sparen, wäre bloß Zeitverschwendung. Moment mal, vielleicht sind hier aber Riku und Kairi. Ich will hier runter, Donald. Ich möchte nach ihnen suchen. Unsere Mission geht vor. Wir werden ein neues Ziel anfliegen. Ich will aber, dass wir hier landen. Kommt nicht in Frage. Landen! Weiterfliegen! Landen, habe ich gesagt. Lass das! Nimm deine Finger da weg! Okay, wir landen also doch. Ja, das sieht aus wie... Tatsans Haus. Mein Kopf! So, und während Sora sich eine Aspirin wirft, sag ich bis zum nächsten Part. Haut raus, ciao!